Die Transition zu PaperCut, die ist ja mal mega krass. Die Transition zu PaperCut, die ist ja mal mega krass. Das ist so geil, dass die Fans hier Backup machen für Mike. Die AdLibs quasi, ist richtig cool. Die Transition zu PaperCut, die ist ja mal mega krass. Die Transition zu PaperCut, die ist ja mal mega krass. Die Transition zu PaperCut, die ist ja mal mega krass. Das ist geil, ey. Das klingt geil, wenn dieser Part hier gesungen ist. Das ist ja mal mega krass. 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 Oh, ist das geil, ey. Oh, ist das geil, ey.